Und ein herzliches Willkommen bei der nächsten Episode von Tonic. Ja, wir werden jetzt den Boss mal endlich besiegen hier. Ich hoffe es zumindest, weil der war richtig schwer in der letzten Folge und ich hatte dann echt keinen Bock mehr. Dann habe ich jetzt mal kurz eine Pause gemacht und jetzt hoffe ich, bin ich besser dran. Dass ich ein bisschen besser klarkomme. Sollen wir ihnen mal Bomben entgegenwerfen? Davon haben wir ja genug. Geht das? Geht das? Nein! 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 Nein, ich habe vergessen, wie man... Aber das mit den Bomben hat ein bisschen funktioniert. Ich war gefühlt permanent... Das war's für mich. Das war's. nein ich habe mich selbst vernichtet okay ich habe mich selbst vernichtet das darf doch nicht wahr sein wie heftig ist der ja 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 Natürlich. 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 Nahkampfquitsch gegen ihn. Okay. All right. Okay. Untertitelung des ZDF für funk, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Untertitelung des ZDF, 2017 Okay Granate und Shotgun Ey Kim, Junge Such's dir aus Ey Okay Okay Ich versuch's im Zweikampf mit ihm Das hat jetzt relativ gut funktioniert Zum Schluss raus Ich versuch's im Zweikampf mit ihm Ich versuch's im Zweikampf mit ihm Okay. 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 Oh Gott. Der lasst mir einfach keine Ruhe. Ich habe keine Sekunde Zeit irgendwie zu reagieren. Entweder Bombe, Shotgun, draufhauen, Boden. Das ist ja richtig fies. Mach das. Ich konnte es ja nur ein paar Mal einsetzen. Das ist dreimal. Okay. 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 Natürlich. Nahkampf ist blöd. Nahkampf ist blöd. Fernkampf ist blöd. Nein. 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 Willst du mich verarschen. Okay. 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 jularen. Ich dachte jetzt line kann man das gegen ihn einsetzen? Das ranziehen? Okay. Okay. Loll, jetzt her auch mal aus, auf Distanz zu kämpfen. Auf Distanz kann ich nicht da umbringen, auf Nahkampf kann ich nicht da umbringen, wie schafft man das? Sorry Leute, dass ich hier, die Folge werde ich nicht schaffen, die werde ich nicht schaffen. Das... Ja! Nur das Einfrieren ist einigermaßen... Das ist so lang, das Schwert. Natürlich trifft er mich mit dem Scheiß noch! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Ich bin nicht weg! Was ist das? Wir wollen ihn jetzt nicht treffen können. Wir wollen ihn nicht treffen, sondern wir wollen ihn nicht treffen. Oh, katsu. Oh, katsu. Oh, katsu. Pure Was ist mit dem Ding da? Pure Ekstase Ui Leute, ich bin jetzt gerade, sorry Das war heftig Das war Das war richtig Souls-like gerade Ich glaube, ich muss jetzt nach der Folge Pause machen Wieder Ui Der war Der war Der war nicht gut, der Junge Der war nicht gut Okay Wo haben wir da mal den Wo es hingeht Geht es hier nicht Ewig weit laufen Ah, da ist der rechts Okay Stimmt Jetzt kommt nur noch ein Boss, oder? Oder ist es, ist es jetzt durchgespielt, Leute? Wenn ihr das jetzt abgibt Ich weiß es gar nicht Ja, das letzte Gefängnis ist befreit Das letzte Gefängnis ist befreit Passiert jetzt nicht mehr Passiert jetzt nichts mehr? Ähm Ja, die drei Schlüssel haben wir, die drei Schlüssel haben wir Was jetzt? Muss ich wieder in die Geisterwelt? Ich gehe mal rüber Ich gehe mal rüber Dieser Kampf war Mama, wo bist du jetzt? Jetzt Jetzt halt Zeig mir nicht, dass ich gegen Mama kämpfen muss Wo war das? Hier Wo ist das Schwert? In der Mitte ist das Okay Mama Ja Habe ich geschafft, Mama Mama, warum hast du ein Schwert? Mama Was ist jetzt los? Was ist hier los? Was ist hier los? Hallo? Ach Ich verstehe dich nicht Was bedeutet das? Ich bin Geist Ich gehe mal zum Eingang wieder hoch Habe ich mein Inventar noch? Ja Hallo? Hallo? Etwas schlechters? Was ist hier los? Ähm Hallo? Was hält dir? vier schlüssel vier schlüssel die lagerungsmaschine ach ihr seid alles füchse hält nah das scheinen wir zu sein aber was ist jetzt ich blicke jetzt nicht gerade durch und sich hier beten hier schlüssel ich verstehe es nicht was müssen wir jetzt machen hier ist vieles anders sind jetzt die brücken wieder grab des helden vielleicht muss ich da zu einem oder kann ich mich wieder nicht geisterwelt teleportieren geht das ich habe echt keine ahnung ach das ding kann hier ja nichts machen ich muss da rüber wieder da habe ich einen fehler gemacht da komme ich ja nicht rüber äh hier gibt es keine brücke gibt es den geheimen weg hier noch ja den gibt es noch kann ich jetzt die türen öffnen das ding kann ich doch noch einsetzen aber was bringt mir das hier ich komme hier nirgendwo weiter ach ich habe doch eine karte wo das glaube ich angezeigt wird hier rein da tot licht ist das ist das jetzt die neue map ist das das oder auf äh ein äh 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 sind hier dinge jetzt anders ja hier das ist ein bisschen anders hier die komplette verbindung hierüber ist einfach nicht mehr vorhanden ich muss glaube ich da rein und irgendwas machen warte mal ist das das hier wo ich beten sollte ich jetzt bitte ich habe die halt getötet ich glaube ich habe da irgendwas falsch gemacht ich kann mich halt wirklich nirgendwo weiter ok leute das war es auch für diese folge es bleibt ein mysterium schauen wir in der nächsten folge wie es da weiter geht ganz komisch ganz komisch ja dann würde ich sagen tschau tschau habe ich lieb lass mich gleich mit dem Abo sagen dann ja bei ist ja logisch tschau